Ich war ein ganz normaler Typ, genau wie ihr. Ich saß vorm Rechner, surfte durchs Internet und mir war scheißen langweilig. Doch dann kam ich auf irgendeine Seite, klickte wie wild und mein Rechner explodierte. Seitdem bin ich gefangen in Minecraft und ich versuche wieder rauszukommen. Dabei habe ich eine Möglichkeit entdeckt, wie ich mit der Außenwelt kommunizieren kann, nämlich über YouTube. Eure Kommentare und eure Hinweise können vielleicht dazu beitragen, dass ich irgendwann wieder zu Hause bin. Doch bis dahin bin ich gefangen in Minecraft. Herzlich willkommen, ihr Knifften da draußen zu einer weiteren Runde. Minecraft Tagebuch, heute mit Trine und Ponne. Und der Virus, der ist anscheinend auch irgendwo hier. Virus? Was? Hallo. Die Veränderung in Glücksgriff zeige ich euch gleich, weil ich baue hier auch gerade schon wieder ein bisschen Weg ab, weil ich warte gerade auf Trine. Trine, kommst du jetzt mal an Land? Ja, ich komm ja... Wir müssen nämlich jetzt dem Ponne helfen. Der Ponne steckt im Neter und wird gerade ein bisschen beschossen von einem Gas. Und dieser Penner hat auch schon eben das Portal kaputt geschossen. Ich war da noch kurz drin und hatte Gott sei Dank auch ein Feuerzeug dabei. Den habe ich gesehen. Da war ich heute schon. Was? Ist das ein Gas? Ja. Neuerdings ist der immer da, wenn ich da reingehe. Ja, den schießen wir jetzt weg, den Penner. Ähm, ist es dunkel? Ja. Habt ihr ein Bett? Ja, wofür denn? Neter brauchst du keins. Ja, ich bin ja aber noch nicht im Neter. Ich muss erst mal den Weg nach Hause finden. Ja, aber selbst wenn du jetzt schlafen gehst, kriegen wir das ja hier nicht mit. Ach so, wegen Trine. Komm, ich hab ein Bett. Willst du dich schnell schlafen legen? Äh, ihr müsst euch ja schlafen... Ach so, im Neter musst du dich nicht schlafen legen. Ah, okay. Oh, der kommt einfach in Neter, dann hat sich schon... Ja, aber Trine ist ja noch nicht mein Glücksgriff. Ne, ich bin doch noch auf der Lebensuche. Auf der was? Nach Lebensuche? Ich hab nach Lehm gesucht heute. Ja, aber... Wie lange brauchst du noch bis nach Hause? Äh, ich müsste gleich da sein. Okay. Kann ich mich in der Zeit nochmal schnell hier ein paar Steine hinsetzen. Freunde, wir sind gleich da und retten dich. Ich weiche ihm ja die ganze Zeit aus. Ist trotzdem voll ätzend, ne, mit denen. Oh, der, aber das nervt. Der, aber tierisch. Auch dieses, dieses ganze Gjaule und so. Und so, und so weiter. Ja, wie der Virus. Ne, das ist zu viel. Das ist zu viel. Hier nochmal weg. Zack, 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 zack. Äh, kannst du mir nochmal die Koordinaten sagen? Ich weiß jetzt grad nicht, in welche Richtung du... Minus 362, minus 163. Ist mein Haus. Das kam jetzt wie aus der Pistole, hä? Hast du nicht mit gerechnet. Jetzt bist du, jetzt bist du baff, wa? Naja, ist schön, wenn du weißt, wo du wohnst. Rise Minimap, Rise Minimap, Rise Minimap. Ja, ich hol's mir morgen. Ja, ja. Morgen hab ich Zeit. Ja. Ich mach heut mal gar nichts. Ey, hast du das nicht gestern schon gemacht? Ja, aber gestern bin ich damit nicht fertig geworden. Sagst du dir seit Wochen. Ja. Rise Minimap. Das Problem ist, dass wir ja vor den Toren her schon so viel Leben abgebaut haben. Jetzt müssen wir einfach weiter weg. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich hab richtig gute Laune heute. Vielleicht das schon. Rise Minimap. Machen sie Werbung für irgendwelche Produkte? Nein. Rise Minimap. Provision. Was hab ich nur ohne Rise Minimap Feuer gemacht? Seitdem ich Rise Minimap habe, bin ich hübscher, schneller, agiler, alles. Rise Minimap kann auch dein Leben pimpen. Was? Ich weiß, wo ich wohne. Rise Minimap. Ja, ich hör jetzt auch auf. Ist langsam nicht mehr witzig hier. Ich warte auf Trine und sie kommt und kommt nicht. Nur weil sie kein Rise Minimap hat. Hätte sie Rise Minimap, wäre sie schon längst hier. Weiß auch gar nicht. Ah, doch da, ich seh es, ich komme. Nicht ich weiß, sondern Rise. Rise. Ich seh schon deine Holzbrücken im Sumpf. Ja, dann ist das gut. Was darf ich zuerst? Ja, da siehst du mal, wie weit ich rausgehen muss, um Leben zu finden. Gesundheit. Das wäre dir nicht passiert mit... Aber ich glaube, er ist weg. Irgendwie, ich höre ihn nicht mehr. Ja, ich komme trotzdem. Den töten wir gleich. Trine, wenn ich jetzt meinen Kill nicht kriege, dank dir, ne? Alter. Dann beschwere ich bei Rise Minimap. Warum? Weil die es nicht geschafft haben, das gleich in deinem Spiel zu implementieren? Richtig. Echt doch. Rise kann nicht alles. Rise kann nicht überall sein. Rise ist nur für Minimaps. Guck mal, ich bin schon beim Stadttor. Ich guck gar nicht. Ich hab in der Zeit einen Weg gebaut und ein Kind gezeugt. Übertreibst. Mit einem Hausgebot. Und... Ein Hausgebot. Baum gepflanzt. Nur jetzt neu mit dem Update von Rise Minimap. Hier brauche ich Ziegel. Äh, Steintreppen. Oh, Trine kommt um die Ecke. Und das komplett ohne Rise Minimap. Ist sagenhaft, ne? Es ist der Wahnsinn. Ohne Rise Minimap. Das muss ich machen. Habe ich noch eine Treppe? Trine, warte noch mit dem Reingehen. Du wirst sterben. Ach, geh rein. Naja, nee, ich will wenigstens ein Hähnchen mitnehmen oder so. Gib mal was zu puttern. Geht noch was zu futtern. Ja, ich hab, glaub ich, meine Futterkiste, die ist nicht gesaved. Da kannst du ran. Das hat sich übrigens gezeigt, dass das Portal, wie es jetzt gebaut ist, am besten gerade irgendwie ist. Man fällt zwar selber manchmal in die Grube, aber wenigstens kommen dann die Schweine nicht mehr raus. Äh, gestern hatten wir ein Schwein in Glücksgriff. Aber... Was? Frei rumlaufen? Frei rumlaufen, ja. Ein, ein Pikmin. Ein Bösen. Ja, meine ich, ein Pikmin. Ja, aber... Hä, wie ging das denn? Ja, der ist trotzdem irgendwie reingekommen. Lass ihn von Gäster durchschießen. Ich hab keine Ahnung. Ähm, Fakt ist, er hat aber nichts in Glücksgriff gefunden, weil er hatte keine Rise Minimap. Kommst du, Trine? Ja, ich will nur meine ganzen Diamantsachen wenigstens... Trine, schieß dir gleich in den Schädel. Kommst du jetzt endlich hierher? Ja, ich will ja nur meine Diamantsachen hier lassen, bevor ich sterbe. Was? Auch nur die Diamanten. So. Trine, was sagst du eigentlich zu meinem Nähte-Eingang? Tust du den gut? Hab ich heute schon bewundert und fand ich stylisch. Okay. Ist, ist ein bisschen Gothic, ne? Ist ein bisschen Gothic. Ja, und ein bisschen warm. Manchmal komm ich hierher, schlachte den Huhn und huldige Satan. Aber nur manchmal. Wenn... Alle Tage außer Sonntag. So. Klinchen grad runtergefallen? Ja. Ne? Das ist nicht so witzig, ne? Ja, das passiert irgendwie den meisten. Mir nicht. Ja, aber... Denn ich hatte... Genau. Glück. Ja. So, herzlich willkommen! Hier lebt Lord Ponne von Wörr. Äh, ich... Pass auf. Also erstmal war ich total verwirrt, dass ich mitten im Neta so eine Festung hier finde mit so krassen Wegen, die irgendein Typ bei zu viel Langeweile, die er wahrscheinlich morgens vor der Arbeit schiebt, gebaut hat. Nein, nein, nein. Das schaffe ich gar nicht vor der Arbeit. Oh, ein Ponne. Hier geht's zum Highlight, Ponne. Das willst du uns jetzt schon seit Tagen zeigen, ne? Ja, auf jeden Fall. Da wirst du dich freuen. Aber warum sind denn hier keine... Keine Dings an der Seite? Befestigen Wege? Ja. Oder wenn's spannender wird? Ein Nervenkitzel oder was? Warum überhole ich dich, Ponne? Bist du ein bisschen schlapp? Weil ich nicht doch den Wege gemacht habe. Äh, Pikman. Ich kümmere mich drum. Wir schlagen noch nicht zu, oder? Brauchen wir auch nicht. Guck mal, warte, ich mach das... Alter! Alter! Danke! Trine? Ähm, Trine ist vor meine... Vor mein Pfeil gelaufen, ne? Ja, so hab ich das auch gesehen. Bei mir warst du noch vor mir. Trine, wie kann man denn bitte seine Diamantrüstung im Neta verlieren? Das hast du auch schon geschafft. Ey, jetzt mal ehrlich, das war dumm von dir, ne? Ja, vor allen Dingen das Geile ist, ich weiß nicht, wo ich bin im Neta. Bist du im Neta jetzt respawn? Ja, ich bin im Neta gespawnt. Hm, du hast ja auch dein Bett abgebaut. Oh, ein Gas. Oh nein, ich bin genau da, wo du auch immer gelandet bist. Oh nein. Mit der Festung? Ja. Ja, ist gut. Wie ist gut? Weißt du jetzt, wo die ist? Ja, das war... Schön für... Ich will aber nicht weg. Und Ponne rennt da wahrscheinlich gerade hin. Nein, meinst du? Ja. Oh, hier schöne Aussicht. Und guck mal, da ist Trinchen. Trinchen. Wo? Hinter dir. Ah, yay, ich sehe euch. Und wegen gefangen im Neta. Wie geil. Irgendwie, ich habe dein Video nochmal angeguckt und dann habe ich versucht, diesen Weg zurück zu finden. Und dann habe ich in die Richtung gebaut und yeah, ich war so froh, dass ich es gefunden habe. Äh, wo... Gibt es jetzt hier auch noch einen Gang nach oben? Nee, das letzte Mal, als ich hier war, war alles voller Monster und deswegen dachte ich, brauche ich mal keinen Weg nach oben. Ein bisschen Dreck. Deswegen ist die Frage, ob wir da jetzt reingehen wollen. Ich weiß ja nicht, ob da noch Kisten waren oder irgendwas zum finden. Da waren sicher noch Kisten. Dahin sind die bösen Monster. Ich kann ja einfach mal versuchen, aus der Entfernung den auf die Fresse zu schießen. Guck mal. Die machen gar nicht. Leider nur ein Stack. Ach, schade. Ja, ich wollte ja eigentlich nur den Dings killen. Der ist auch weg. So, die sind weg. Beim letzten Mal war hier irgend so ein Vieh, was hier so komische Feuerbälle geworfen hat. Ja, das ist das, was so schreit hier. Nee, das ist der Gas. Ja, der macht doch auch das mit dem Feuer. Das war irgendwas anderes. Meinst du diesen fliegenden Geist, der da sich dreht und dann so schießt? Ja, genau, genau. Das ist eine Lohe. So, hier oben? Nee, ähm, warte mal, wenn ich jetzt das mir richtig angucke, äh, da müssen wir runter. Ich hab ja irgendwo diesen, diesen Spawner gesehen von den Blaze oder Lohn. Ach, Trine, du brauchst noch deine Diamants Sachen. Ja, ich weiß noch nicht, wo bin ich denn runtergefallen? Ja, nur noch ein Stück weiter nach da hinten. Also muss ich jetzt den Weg vom Ponne einfach zurückgehen? Ja, genau. Ja, richtig. Und dann irgendwann runterarbeiten. Okay, Ponne, wir müssen hier lang. Wollen wir die Pigments verprügeln? Oder soll ich aus der Entfernung noch schießen? Meinst du, die töten uns? Ja, weiß ich nicht. Guck mal, wenn ich so aus der Entfernung schieße, dann sind die relativ cool. Oh, oh. Hier auf der linken Seite, glaub ich. Nee. Also muss man sich jetzt hier durcharbeiten, um irgendwo ranzukommen? Ich weiß es nicht. Für irgendwo diesen Scheißgeist. Ja, den hör ich hier auch. Ui, nee, hier geht's nur runter. Alter Ponne, hier ist aber auch total geil Lava. Guck mal her. Hier, da fällst du runter. Ja, das ist doch der Weg, den ich immer gelaufen bin, ne? Ich zieh nochmal diesen Lava-Strom hier rein. Alter. Alter, aber das bringt doch gar keinen Sinn hier. Warum ist denn auf dem Weg? Auf dem Weg. Ja, ich kümmere mich grad drum. Ja, und mein aus, ähm, Dings hier sagt schon aus, aus, äh. Alter, da müssen wir aber nochmal ein bisschen zubauen. Na, jetzt geht's. Da hat aber jemand viel Neter-Stein hier geerntet, wa? Wie, in den Zwischenräumen wird man nichts finden, oder? Man muss schon an den Wegen gucken, oder? Na doch, hier ist Neter-Erz. Aber ich weiß noch nicht, was man damit machen kann. Halunke konnte es mir auch nicht sagen. Aber das kannst du abbauen, kriegst du Erfahrung. Ding, 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 ding. Und schon bin ich Level 40. Ist ein bisschen gefährlich, mit dem hohen Level hier durch Neter zu laufen. Ich hätte noch schnell was verzaubern sollen. Ja, das hätte zu tun sollen. Ja, besser wär's gewesen. Aber ich hab schon so oft Level 40 verloren. Ja, da hab ich gebuddelt und dann bin ich auf Lava gestoßen. Ja. Ne, das ist es aber nicht, wo ich die Blaze gefunden hab. Lass mal hier hochgucken noch. Da oben, das sieht so ein bisschen bergmäßig aus. Wenn man irgendwas sieht. Oh, da hinten ist auch ein Neter-Quarz. Es sieht schon geil aus, ne? Ja. Es scheint mir auch so, als ob dir der Neter ganz schön gefällt. Kann das sein? Es ist abenteuerlich. Es ist halt sowas wie, äh... Tempel des Todes in Yana-Jones. Ne, 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 geht's nicht. Ne, ich bin ja auch irgendwo auf den Wegen von dieser Festung langgelaufen, ne? Und da hab ich... Oh, hier ist Glowstone. Hast du eigentlich schon ordentlich Glowstone abgebaut, wenn du so viel mit dir... Ja, ne, ne, das hab ich nicht. Ich weiß ja auch nicht, was man damit macht. Welche Glowstone? Außer leuchtete Steine, ja. Ja, leuchtet, ne? Boah, das ist natürlich, äh... Aber da brauch ich meine Behutsamkeitshacke. Hat die hier Behutsamkeit? Nein. Aber du kannst aus diesem, ähm... Zeug, was da rauskommt. Hier, sag schon. Ähm, na, wo ist es? Glonenstaub, kannst du auch wieder Dings machen. Ähm... Wieder Glowstone setzen. Da vorne ist so ein Blaze-Ding. Alter, ja. Die Dinger sind doch richtig übel, oder? Ja, warte, kümmere ich mich mal drum. Mal gucken. Mit Pfeilen und Bogen, wo du bist? Ja, mal gucken. Mal gucken, der erste ist schon weg. Da ist der Gas! Alter. Hast du das gesehen? Okay, ey, der Blaze ist sofort... Oder die Lohe ist sofort tot. Aber hier oben ist der Gäst. Den killen wir. Komm, Ponne. Ey, mit einem Schuss? Ja, das ist wohl mein starker Bogen, würde ich mal sagen. Der hat nämlich Schlag 1, Stärke 4. Mhm, mhm, mhm. So viel zu dir, Kindchen. Yeah, ich hab so ein Geistervieh getötet. Ey, da unten geht's ja weiter. Vor uns direkt. Ja, hier vorne müssten wir eigentlich runtergehen können. Sag mal, da schießt du nicht auf uns, oder? Hab ihn, hab ihn. Achso, ah, super. Hab ihn. Ja, hier ist ein Weg runter. Hast du meinen Besuch bei Opa Ceron mal gesehen? Hab Opa Ceron abgezogen im Pfeil- und Bogenschießen. Ja, ich erinnere mich ein bisschen. Man nennt mich auch Sniper King. Hey, es gibt ja auch rote Pilze, nicht nur weiße. Ja, rote sind gefährlich. Ach, echt? Ja. Ein Fliegenpilze. Hast du dir schon Ausrüstung gefunden? Äh, ich versuch jetzt grad einen Weg nach unten zu finden. Alter, was geht da vorne ab, Alex? Ich weiß es nicht. Ah, hier! Hier ist der Zombie-Spawner. Hast du Fackeln dabei? Ja, ja, ja. Okay, dann schnell. Setz ne Fackel drauf, setz ne Fackel drauf, setz ne Fackel drauf. Das ist ein... Ah, sehr gut. Das ist... Hier, guck rein, was da drin ist. Siehst du das? Ach, das ist dieses Ding. Ja, genau, genau, genau. Dass du ganz viele Feuerbälle auf einmal machst, ne? Ja, genau. Wie lange bleiben die Sachen eigentlich da? Kannst du diesen Stein abbauen? Hinter die Ponne. Wow, der hat mich ja leicht erschreckt. Ich dachte, du haust mich grad aus Versehen. Quatsch, ich hau dir doch nicht auf die Schulter, wenn ich was von dir will. So, ich bin Level 41. Das wird immer gefährlicher. Ey, Netaziegel, das ist ja geil. Was, die Teile hier? Ja. Da kommt immer noch ein Blaze raus. Was ist denn da los? Zu wenig Fackeln, zu wenig Fackeln. Hau noch ein paar Fackeln drum. Überall, in jede Seite. Ne, an die Kiste, an die Truhe, an die Truhe. Achso. Da kommt noch einer. Hab ihn. Oder ignorieren die das hier, die Kerle? Eigentlich nicht. Dürften sie nicht. Na gut, dann lass uns mal gehen. Auch einfach den Käfig zerstören. Aber wer weiß, vielleicht brauchen wir die nochmal. Weil die lassen ja hier diese Lohnen ruhen. Die ignorieren das. Ja, da kommt schon wieder ein. Oh, warte. Ich geh hin. Wo ist er? Oh, es leckt grad ein bisschen, ne? Hier, also aus... Soll man sagen, dass wir aus der Richtung, wie wir gekommen sind hier. So, du brennst. Ja. Ich bin halt ein heißer Typ. Ach, du willst denn... Wir können doch den Gang einfach zubauen. So, das war's. Jetzt dürfte eigentlich keiner mehr da draus spawnen. Glaube ich. Also funktioniert das hier nicht mit den... Fackeln? Ja. Anscheinend nicht. Ah! Ja, dann komm, lass uns den Weg zubauen. Ich würde aber... Ich würde aber den Cage lassen. Weil wir brauchen vielleicht irgendwann mal Lohnstaub. Und dann wissen wir, wo wir es finden, weißt du? Ja, dann hier, komm. Dann markieren wir so... Ne, warte, falsch. Falsch, falsch, Ponne. Wenn... Äh, hier, äh... Warte, ich brauche noch ein paar Fackeln. Oh, da ist wieder einer gespawnt. Hörst du? Ja, ist ja egal. Jetzt, ist ja egal. Gib mir noch mal ein paar Fackeln, bitte. Ah, hier vorne hast du ein paar hingelegt. Die nehme ich... Oder ist das Wegmarkierung? Eigentlich war das Wegmarkierung, aber... Dann lass sie, dann lass sie, dann lass sie. Ich brauche noch... Zwei Fackeln. Soll ich mal was sagen? Ja? Ich habe meine Erfahrungspunkte gefunden. Ja. Aber keine Rüstung mehr. Das kann nicht sein. Hier, pass auf. Wir machen ein L für Lohe. Verstehst du? Ey, ich habe Lohnroute gefunden. Ja, die haben wir doch gerade... Das haben wir doch von denen abgebaut. Und ich... Ich weiß nicht... Drück das mal, pack das mal in dein Inventar oben. Hier, ins Handwerk. Was denn? Dann kommt Lohnstaub bei raus. Und irgendwas mit diesem Lohnstaub brauchen wir. Also, ich weiß nicht mehr, wofür. Willst du den haben? Weil ich werde wahrscheinlich eh nichts ausprobieren. Ja, gib her, gib her. Weil, ähm... Wofür war denn das? Äh, Verzauberung oder so. Also, von da kommen wir, ja? Hier, das ist der Fein. Ja, und wir haben noch ein paar Wege. Ja, warte mal. Dann lass uns den Fein... Draht raus und hier links. ...bitte auch richtig bauen. Achso. Da fehlt noch einer hier auf der rechten Seite. Damit es aussieht wie ein Pfeil. Ach, scheiße. Dann muss noch einer hier hinten hin. Ein, recht doch so. Achso. Ja, aber wir brauchen vielleicht noch welche. Du warst recht. Ich hab nur noch sechs. Gar nicht hin. Hier hin. Guck, das ist ein Pfeil. Siehst du das? Achso, dass es da in die Richtung nach Hause geht. Genau, genau. Aber wenn du... Sommen wir mal lang in den kurzen erstmal? Ja, los. Mit Schwert bewaffnet. Okay. Also. Okay, da geht's nicht weiter. Hier sieht's interessant aus. Warte. Achso, du willst zu bauen? Ja. Was ist das? Wo? Irgendwo in der Nähe, ne? Ja. Ich will... Oh, mein Zeug ist verbrannt. Los. Okay, Lava hab ich ausgeschaltet gekriegt, aber da sind so ein paar freche Viecher. Ja, scheiße, dass die direkt da oben sind, ne? Ne, die kommen jetzt da runter. Ich mach's ja kaputt. Ich hab keine Angst vor euch. Ich hab keine Angst vor euch. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ich hab den Käfig zerstört. Es ist mir egal. Also, hier lang muss ja irgendwas tolles sein, oder? Meinst du? Wie kommst du da nur drauf? Weil uns gerade wieder der Arsch aufgerissen wurde? Über mir? Ja. Niemals. Wer macht hier die Beleuchtung kaputt? Der einen kannst du ja da lassen, oder? Was? Der Neta ist doch heller leuchtet. Ja, stimmt schon. Aber meinst du halt die Markierung? Hier in die Richtung ist nix. Also, da geht ne Treppe hoch und da vorne sind mindestens zwei, drei Monster. Also, hier wo ich hingucke. Ja, genau. Siehst du das? Ja, pass auf. Weißt du nicht, ob es sich lohnt, da hinzugehen? Klar, da sind Monster. Wir sind überall. Was haben wir gelernt, seitdem wir Videospiele spielen? Was gut bewaffnet? Monster sind, ist viel zu finden. Hast du denn schon irgendwelche Sachen hier gefunden im Neta? Nein. Alter. Jetzt gerade so... Wir müssen noch näher ran. Weiß ich nicht. Ich zitter ganz schön. Ach, Trine, warum? Weil ich nichts finde und deswegen... Ich lass mich lieber hier wieder durch. Jedes Kind weiß doch, dass man im Lava nicht schwimmen kann. Das weiß ich auch, aber ich wollte zur Burg. kam nicht mehr hoch und ich hatte nix. Ich hab weder eine Hacke, noch Steine, noch irgendwas. Also... Warte mal, das könnte hier im Weg... Ne, doch nicht. Oh, Pony, hier wird's hell. Ah, Lava, Lava. Pony, hier wird's hell. Pony, hier wird... Ah, Lava, Lava. Paar Lava, Paar Lava. Ich hör schon wieder Gas. Okay, kommen wir nicht weiter, ne? Nur gesehen, dass hier... noch Stein war. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Sei doch nicht so Pussy hier. Einfach mal durchgucken. Lava. Lava. Hier ist überall ein bisschen Lava, ne? Ja. Aber der Gäste ist über uns. Na, dann lass uns mal den anderen Weg gehen. Ja, bringt ja nichts. Warte mal, ich hab doch hier Holz. Aus dem Holz krieg ich doch mehr als 64 Stacks zusammen. Das schmeiß ich mal weg. Das hier braucht kein Mensch. Dann markiere ich einfach mit Holz, wo wir waren. Weißt du, brauchen wir keine Fackeln verballern. Ja, ich hab ja auch nur noch sechs. Aber hier sollten wir vielleicht nochmal reingucken. Ja, ne? Das sieht so einladend aus. Wie krass das abzubauen geht. Ja, guck mal, hier ist... Okay, ähm... Die sind hier hinter. Ne, da waren wir schon drinnen, ne? Ne. Das ist hier auf der Seite irgendwo. Doch, da waren wir drinnen, Alex. Ich seh dein... Ich seh dein, ähm... Das ist das Tor, was wir markiert haben. Alter. Hast du das nicht gesehen? Ja, Mann! Ja! Ich bin gleich im Arsch! Haben wir sie? Hast du noch was zu essen? Brauchst du Energie? Ich hab... Ich hab... Äh... Ein... 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 Wollen wir abbauen hier? Ja, 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 lass uns verschwinden, lass uns verschwinden. Lass uns von hier verschwinden, heute Nacht und etwas geheimnisvolles tun. Weg hier! Okay, Ponne, das war wohl nichts. Ein Satz mit X. Das war wohl nichts.